Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß! Also was ich noch sehr sehr komisch finde, ist, dass die halt einfach den Strom wieder angestellt haben. So, das finde ich noch komisch. Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, ob man denen jetzt vertrauen sollte oder nicht. Ja, er hat ja. Dann gehen wir in. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Aber wir machen jetzt nur noch eine Rekonaissance. Es ist kein Problem, dass wir uns selbst getötet werden. Gehst du jetzt? Ja. Ich werde bald wieder zurück, Clementine. Bitte, sei Glück. Ich werde. Oh, die ist so niedlich. Sie hat voll Angst um uns. Oh! Knuffig. Aber knuffig. Siehst du nichts? Nicht noch. Ich weiß, dass es hier rund ist. Es muss sich nahe sein. Ich habe doch ein bisschen getockt. Hier. Oh, verdammt. Du hast es gefunden. Das ist ziemlich viel. Kannst du Lager schleichen? Alles klar. Kannst du Lager schleichen? Was? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was kannst du haben, ja? Ja gut, ich meine, Müll ist doch immer schön zu haben, oder nicht? Oh, 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 oh. Ach, schade. Oh, 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 oh. Alles klar. Oh, 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 oh. Oh, shit. Oh, shit. Was findest du? Video camera. Let me see that. Batterie's dead, though. Oh, good. What else they got over here? Let's see if we can find anything useful and then get a move on. I see you handled that gun. I lent you pretty well. You a hunter? No, but Lily keeps us all on a regular training schedule. Lily, huh? Sounds like she's running this democracy of yours. Irgendwas kommt mir bei dem Typen seltsam vor. Nothing. Irgendwas. Weiß ich nicht. Der Typ kommt mir seltsam vor. Sehr seltsam. Oh, es kocht noch. Just water. Aber es kocht. Was ist noch? Koch, denkst du, äh, juck dich nicht, oder wie? Irgendwas übersehen. Looks like they expected to be here a while. Oh, man. Oh, man. Oh, man. What the hell? Don't you fucking move. Shit. Put your guns down. I ain't going back. You tell him, Jolene ain't going back. Hey, we had a deal. No shooting as long as we gave you food. What the fuck happened? You had a deal with them. I ain't them. Oh, I know you. I know what you are. And I know what you do. You don't know me. Steal my shit. Steal everything from me. We had a deal. You people broke it first. Why are you alone up here? What happened to you? Well, that's a hell of a question, mister. They told me I'd be safe with them. Men who lived here. But it weren't safe. Not for me. Not for my girl. They didn't treat her nice. Not at all. They took her away. Into the woods. Wouldn't tell me where. And I begged them. Every way I could think. They just laughed. So I killed them. And I'm staying here till she comes back to me. One way or another. She'll come back. Now, maybe you didn't hear me last time. When I asked you, sweet, put your damn guns down. You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball. And into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want and then destroy it all. Take a can of beans. Take a little girl. It's all the fucking same to you. Where did you get this hat? The little girl. You stole it from her. So what if I did? You stole her from me. What the hell are you talking about? You know what? I changed my mind. I'm putting this arrow right through your balls. Oh yeah. Right through. String them up on that tree. I'm gonna head down to that farm and shoot every goddamn person I see. Look, there's two of us and one of you. No matter what happens, one of us is gonna kill you. Like you could kill me. They couldn't kill me. They tried. Killing everywhere. Take all the dead folks you want. We'll make more. Go on. Tell him, boy. Tell him what you got in mind for... God damn it. You straight up murdered that woman. Hardly. She had a crossbow pointed at my forehead. Vielen Dank für Ihren Einkauf bei Safelove oder so. Das ist ein guter Schuss, doch. Right through the forehead. Das ist gut, Schuss zuerst. Still, was ein Wast. So, das ist es. We're going back? If they ain't here, I don't know where they are. And it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them. So yeah, we head back. Once they see this, they'll get the message. Der Typ, ne? Irgendwie ist der mir nicht geheuer. Come on. Nehmt doch jedenfalls das Essen oder so. Boah. Leute. Ihr habt einen Einkaufswagen. Euer Ernte. Euer Ernte. Ich kann doch nicht wahrstellen. Das ist nicht normal. Nein, das wollte ich nicht. Haha. Man, das war ein Schuss, oder? Jesus, Danny? Was? Du bist nicht so schwer auf sie, sind sie? Nicht nach dem, was sie mit deinem Freund gemacht haben. Du bist zurück. Was ist passiert? Ich habe es, Mama. Was ist denn jetzt schon wieder los? Was ist denn, was sie mit ihnen? Ich weiß nicht. Schwabbeling, sieht es. A lot of tension mit ihr, huh? Ja, das könnte ich sagen. Sie sehen nicht genau wie wir tun, wie wir tun müssen. Na gut, es ist wahrscheinlich nur das Hunger zu sprechen. Und Lee? Keine Angst über diese Bandits. Ich bin sorry, dass du mehr Verrückte gesehen hast, als ich in deinem Zeitpunkt dachte. Aber alle sind hier sicher. Keine Angst. Ich denke, ich gehe nachher. Keine Angst. Essen wird bereit sein, bevor du es kennst. Und danke, Freund Koch, für mich. Sie und die Kinder sind in der Barne, mit der Küche. Diese Frau ist ein Leben. Ist der Typ noch hier? Ich will mit dem gleich... Ich will mit dem unbedingt reden, ey. Unbedingt. Ich bin glücklich, dass ich sie heute benutze. Ich bin meine Frau hier. Sie lieben die Geräte. Sie lieben die Geräte. Was nicht zu lieben? Ich bin nicht viel, ich denke. Ich bin das. Ich bin ja auch nicht. Ich bin nicht viel mit dem, ich glaube. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht. Ich bin ja auch nicht. Das war genau. Sicher doch, sicher doch. Den Lattenzahn hatten wir schon mal. Och, mein Nacken tut weh, das glaubt er nicht. Was ist hier? Werkzeugkasten. Zange könnte nützlich werden. Multi-Tool. Das sollte handig sein. Hm. Ich werde das nur für einen Sekunden abholen. So, gehen wir mal in die Dings rein. In den Schuppen. Gucken mal nach, was so mit den Leuten los ist. Ganz schön dunkel da drin, ne? Auf einmal ist es dunkel draußen? What? Okay. Akzeptiere ich so. Es ist okay, Clementine. Du kannst sie besitzen. Es ist okay, geh an. Ganz vorsichtig. Woah. Katja sagt, Mabel könnte sein Baby heute Nacht. Wir sehen uns, Clementine. Was ist das Ding? Daddy hat gesagt, es ist ein Salt-Lick. Ja, aber nicht schick. Es ist gross. Hast du es schick? Ich weiß nicht. Hm. Ähm. Weiß ich nicht? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hey, Lee. Du denkst, dass du immer wieder Kinder hast? Ich möchte, irgendwann. Vielleicht eine kleine Mädchen wie du. Das ist schön. Du bist ein guter Vater. Danke. Danke für mich zu finden. Du bist willkommen, Clem. Du willst, mit mir? Nein, aber du gehst. Die ist so lieb. Die ist so süß. Wie magst du diese Kau, Clint? Sie ist schön. Aber ich dachte, sie sagt, es ist nur was anderes. Okay. Hast du nichts vergessen? Nein. Nicht wirklich. Hm. Es schmeckt lustig hier. Wie Scheiße. Genau, Lee? Hey. Don't use swear words, okay? Okay. Okay. Hey there, Andy. Yeah. How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. Ich trau dem immer noch nicht. Ich trau dem immer noch nicht. Bei dem anderen Bruder. Ihm hier, hm. Mittlerweile gerade auch irgendwie nicht so. Aber ja. Hier ist nichts. Nichts? Okay. Nichts. Hier ist nichts. Einfach nichts. Stalltür. Ist hier jemand drin? Ein Leckstein. Hmm. Kann leider nicht dran lecken. Schade. Ist hier irgendwas drin? Hier ist die Milch von den Leuten. Empty. Leer? Ist aber nicht so gut. Oder irgendwas? Nein. Alles klar. Dann würde ich sagen, die Tür benutzen. Ist zu. Okay. Hat sich erledigt. Lee. Sie sind etwas hinter diesem Tür. Ich habe einen schnellen Blick. Sie haben Boxen, Sachen. Und etwas mittel und scharf. Keine Angst. Es ist mein Job, dass ich mich verletzt bin, Lee. Ich habe meine ganze Familie auf dieser Farbe. Wie geht es dir? Was ist Clem? Ich verstehe sie nicht. 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 Ich habe definitiv gehört ein Geräusch da hinten. Mein Punkt ist, wir müssen sicher wissen. Also gehst du einen Hammer oder etwas. Und ich habe das Ding auf in einen Moment. Du gehst mich auf, in case die Farmers kommen. Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie nicht. Du hast den Locken. Dann ist es, wenn du falsch bist. Du hast nur eine Chance für eine gute Ehe von diesen Kindern, du hast zu schützen. Du hast deine Kopf, Kenny. Okay, Professor. Was hast du in mir? Ich verstehe sie nicht. Halt mich zu schauen, was wir mit uns beschäftigen. Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie nicht. Ich verstehe sie nicht. Lige. Du hattest ja zum Flüchtigen. Ich verstehe sie nicht. Nein. Sondern. ... Kein. Du bist nicht zu sagen, was ich. Oh, du bist. Was? Siehst du diese Schrauben? Insofern der Padlocken, wir können einfach die Assemblage wegnehmen, haben einen Blick in die Seite und dann verwendet ihr alles wieder, wie nichts mehr passiert. Okay, so ist es, wie du einen Plan hast. Ich stehe da und schaue ein Eier auf dem Mann mit dem Kugel. Andy. Ich dachte, das war Danny. Oder was auch. Kann ich dir helfen, die Jungs, zu etwas finden? So Leute, das war es mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet ihr den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Hautsch, Doreen.